Der Kast geht dann gerade auf dir nieder. Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht. Okay, Alpha, wir folgen. 20 Einheiten von Norden. Mettler von Norden. Direkt von dir. Dort. Der Infizierte. Er ist schießend auf Fragen. Sieht das bescheuert aus mit dem Kaninchen am Hut, echt. Voll bekloppt. Wir gehen zu den Hubschraubern. Kommt rum. Da hinten läuft was. B-Wichtung. Und alle Dammel. A-Westen hat auch noch ein paar Zernatzen. Der West oder irgendwie so aus in der Richtung. B-Wichtung. B-Wichtung. Nur eins geht. Wie geil sind alle Wäsche. Alle frei. Kontakt West nicht. West nicht 200 Meter. Hinter Berlin. Okay, bei der ist bald rein. Sicher und rein. Alpha, wir sind frei und erwarten euch. Hier geht's rein, das sichere Loch. Sicher auch noch. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich glaube wir können rein. Ja, ich glaube safe. Wir sind alle weg. Rein, rein, rein. Dreh. Bin drin. Diggst der Knipser aus. Hopp, hopp, hopp. Dreh. Ja. Dreh. Dreh, fahrender Crew bitte kommen. Ja, hört. Wir sind im Hubschrauber und werden gerade ausgeflogen. Ja, verstanden, sehr gut. Ende. Ah, ist doch gemütlich hier ein Hubschrauber. Ja. Genau. Jetzt rüsten wir uns erstmal die Kaninchen. Na, Zeit gut rumgekriegt. Aber so actionreich war noch keine Mission eigentlich. Also so wenig. Äh. Ist auch die letzte mit dem ständigen Respawn. Ja. Ja. Ja gut, aber. Also Schilker. Bei wo? Polana. Das ist westlich von hier. Die Straße lang. Ja. 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 nicht alle ECO-Soldaten evakuiert waren, ECO hat sich heroisch geopfert, um den Piloten einen sicheren Heimflug zu gewährleisten Da ist schon wieder die italienische Flagge Was ist oben? Ah, es ist so hell! Es hätte eben so'n grünes Leuchten, was geht jetzt ab? Ich glaube, es hat da so'n Searchlight angestrahlt Das Chemik-Gurke unten auf der Landebahn Ich finde, dass die meisten unserer Truppen haben die Bades erreicht heute Oh, aha! Oh, aha! Die wird verteilt Jetzt kommt da eine... Wie heißt das? Eine Bombe? Aerosolbombe? Ja! Und die ist euch eingedämmt Jetzt will ich aber die Explosion aus Eagle Wings sehen Wer ist das? Ich weiß nicht, wer hat da einen harten Stuhl oder... Ein Zombie 2.0 Promille? Ich weiß es nicht Ich hab grad'n Zombie im Dorf gesehen Ja Jetzt die Bombe, wo? Die macht keinen Sound bei mir Wär auch nicht Die ist auch schon tot Bei mir auch keinen Sound So, jetzt kommt das Rauschen vom Wind Aber die macht keinen Sound Da gibt's keinen... Pst 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 Standard Auto und das Ende ezielt, dass alle Zombiesnuklear... Bessens hier ne 덤데o das Summiere Zombiesdemén waren die so schlecht A$3 Hongro About headquarters Sparelos Monster Webetsch Señor Kleinblöd Da bist du erst, ich bin schon am Ende von den Credits. Ich bin schon beim Aufspann bei den Leuten. Wo war das denn die Geräusche? Stimmt. Da bin ich, da bin ich. Statistisch. Zwei Hasen habe ich erwischt, wer hat mehr? Ich habe einen auf dem Kopf, das jeder weiß. Du alle hoch ins Schlachtfeld. Keine Hasen.